Moin Leute, herzlich willkommen zurück in der Welt von Minecraft Dimension 2 Folge 4 ist am heutigen Tag am Stizzl. Hallo Menil! Ja moin Leute, willkommen zu allgemeinen Ruhle! Hast du mich gerade nachgeäfft? Nee, ich hab mir... Hä? Was? Ich war ich. Oh, okay. Meine Damen und Herren, falls wir in der heutigen Folge ein wenig komischer sind als sonst, dann liegt es daran, dass wir es bereits 21.43 Uhr haben. Was nicht unbedingt unsere Aufnahmezeit ist. Das Penizzle ist auch schon ein bisschen müde, aber das ist kein Problem. Das kriegen wir locker flockig hin. Wann bist du heute aufgestanden? Kommst du gleich ins Bett? Ja, ja, ich komm gleich ins Bett. Hier hast du schon alles sauber gemacht? Nee. Weil du weißt ganz genau, ich mag das nicht, weil bei Menil, das wissen viele nicht, aber der hat Flöhe. Und die Scheiße ins Bett. Flöhe machen doch bestimmt auch... Wann, wo bist du überhaupt hingelaufen? Ich geh gerade nach ganz, ganz oben. Ich will... Mann, ich will weg. Ich brauch Essen, Mann. Ich auch. Deshalb nimm die Leine und nimm die Pilzkuh mit. Echt? Ja, doch. Nimm die auf jeden Fall mit. Und dann... Brauchen wir nicht für eine Leine... Ah, nee, brauchen wir nicht. Ich dachte, du hast eine Leine gefunden. Nein, nein, eine... Ähm, wie heißt denn das? Ein Slime-Ding. Mann. Warte, warte, warte. Ich schwöre dir, dass du in einer Folge gesagt hast, dass du eine Leine gefunden hast. Ah, ich kann's craften. Schirm mal deine Base. Okay, sehr gut. Warte mal, dann geh ich jetzt mal nach oben. Ich sammle auch ein bisschen Iron. Es ist mal wieder ein bisschen dunkel, aber ist kein Problem. Ich packe einfach hier... Warte mal, ich kann auch eine Faggle in die Offhand tun. Warte. Stimmt. Ja, locker easy. Oh, sind wir auch klug. Oh, wir sind manchmal... Wir sind manchmal ein bisschen dumm. Wir sind Minecraft-Rentner. So was kennen wir nicht. Nee, also nee, das hat ja damals... Also die Offhand. Ganz ehrlich, wir spielen meistens die ganzen PvP-Moodie. So Mienekraft-Mörder und den ganzen Stiesel. Also da hat man keine Offhand. Also, so warte mal. Dann gucke ich mir mal an, wie du Bertha jetzt hier schön locker flogig von oben nach unten treibst. Bertha? Ja, meine Kuh heißt Bertha, habe ich beschlossen. Meine Schmerter. Nein, die muss ein andern. Bertha, die Kuh. Das ist... Harald. Harald? Schon wieder? Immer, der kommt immer wieder. Ach, der Harry. Ja, aber Harry ist... Hier, 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 hier. Lama. Da. Was? Ach, Kekse habe ich dir... Rot haben wir tatsächlich da oben schon. Oh, Mann. Dann nimm die Kekse. Ich brauche keine Kekse. Ich werde jetzt... Nimm die Kekse. Nein, ich will nicht deine blöden... Was sind das? Ey, weißt du, was ich letztens gekauft habe? Was denn? Es gab einfach so im Laden Cookie Dough. Also so Keksteig. Einfach so. Hä? Hier so Keksteig. Dann schiebst du die einfach... Dann schiebst du die einfach rein und... Ja, ja, den kann man sich einfach ins Mull schieben. Ist okay. Ist voll geil. Kannst du ein Video dazu machen, bitte? Ja, mache ich. Nein. Die habe ich schon gegessen. Oh? Ja, ja, natürlich. Also, hä? Das ist ein, den man löffeln soll. Also, das ist... Echt? Ja, ja. Was? Ja, wirklich. Ich schwöre dir, das ist... So etwas gibt es? Teig zum Essen? Ja, ja, zum Löffeln. Einfach zum... Weil es gibt diesen Keksteig, den man auch so im Regal kaufen kann, wo man wirklich... Wo dann auch steht, ja, machen sie auf 200 Grad in den Backofen und dann Kekse. Aber das war einfach Cookie Dough, den man richtig schön reinmampfen muss. Oh, warte mal. Ich nehme mal hier auch nochmal ein paar Extraschüssel. Ja, ich habe eine Leine und... Ja, genau. Alles tipptopp. Bertha, komm mit. Oh, ich kann... So redet Bertha nicht. So auch? Nein. Nur weil Bertha einen etwas älteren Namen hat, ist denn hier kein Dingens? Jetzt haben wir hier, warte mal, ein Crafting-Table mache ich... Ja doch, wir kriegen noch... Ich bin weg jetzt. Wir finden... Weil den Crafting-Table... Ach so, nee, genau. Darum ist doch Kohle. Warte, oder? Habe ich die nicht weggepackt? So, mache ich hier nochmal eine Schüssel. Ah, die ist im Ofen. So, vier Schüssel noch mal. Ich muss mal kurz Bertha nochmal gleich anzapfen, okay? Warum? Ja, ich brauche Essen. Ich bin wirklich low on... Das ist echt so... Wie leer gelutscht muss das Teil denn sein? Ist aus Versehen hier eine. Tja, null. Wer da ist... Vor allen Dingen... Du tötest... Menial! Bertha hängt hier oben... Die will ich hier die ganze Zeit... Ich bin... Die hat mega die Kopfschmerzen. Ach so. Was zur Hölle? Hat sich der Schaden addiert? Nein. Bertha! Was zur Hölle? Du kannst ja nicht... Das wollte ich nicht. Wie ist das denn passiert? Ey, wir haben richtig... Alter, wir haben nur noch eine. Wir werden ihn nicht mitnehmen. Okay. Och nein. Wir lassen ihn in Ruhe. Bertha. Alter, was zur Hölle? Der Schaden muss sich addiert haben. Und dann, nachdem ich runtergekommen bin, zack, alles gleichzeitig. Okay, ich habe ein paar Süppchen, habe ich auf jeden Fall noch. Ey, wir müssen uns jetzt wirklich mal hier darum kümmern. Okay, für die hast du einfach noch nicht tief genug. Wir finden jetzt Larpis. Doch, warte! Weißt du, was wir machen können? Fange und brate einen Fisch. Ah. Weil wir haben noch genug Wasser. Ja, warte. Dann machen wir hier oben, direkt hier, eine Wasserquelle. Komm mal mit. Hier. Okay. Also ich habe auf jeden Fall hier, weil wir brauchen unbedingt... Zack. Weil ich glaube, dann können wir uns auch... Was damit? Was damit? Ja, warte, was? Okay. Nehmen wir da in deinen Eimer. Ach so. Immer ein Wasser dabei haben. Okay. Und dann, ähm, okay, jetzt geht es wieder hier. Ja, weißt du, wie eine Angel geht? Ja, ja, weiß ich. Okay. Perfekt. Und dann fangen wir hier... Hast du Holz? Ähm, ja, fünf Stück. Nix. Oh Gott, sorry, sorry. Der hat aus Versehen automatisch... Sorry, ich bin ausgerutscht. Ja, der hat automatisch geschlagen. Ich weiß nicht, was da los war. Oh, guck mal, hier geht es auch irgendwie runter. Aber warte mal, ich kann doch hier einfach mal kurz da reingraben. Hallo, können wir jetzt angeln? Hallo, hier. Angeln. Hallo. Hallo. Hier ist sogar eine Fackel. Perlel? Ja, ja, ja. Hast du für uns beide? Ja, ja, klar. Okay, dann machen wir einen Angelwettbewerb, okay? Wer als erstes... Hey, nein! Okay, okay. Okay, warte, warte, warte. Okay. Drei, zwei, eins. Go! Schreibt in die Kommentare, wer als erstes einen Fisch fängt. Mengel oder Pedissel. Ist Puffi ein Fisch? Ja. Klar, ein Pufferfisch. Komm schon. Hallo? Hallo? Bitte? Komm schon. Meine Krupp. Bitte, bitte, bitte. Boah, meiner wackelt gar... Meiner ist gar nicht im Wasser! Ist meiner im Wasser? Ja, ist er. Aber der zuckelt nix. Meiner war gar nicht im Wasser. Doch, bei mir war der locker im Wasser. Hä? Meiner taucht nicht unter. Deiner auch nicht. Achso. Hä? Hä? Also nicht ganz, aber deiner wackelt. Ja, ja, er wackelt, aber der beißt nix. Bei mir auch nicht. Ja, doch! Ja! Nein! De, 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 de. Muss ich nach oben für den Ofen? Ist der oben? Nee, unten. Okay. Aber mach hier neun. Mach hier neun. Wie, wie? Neun. Direkt da bei der Kiste. Kraft in neun. Achso. Achja, stimmt. Wir haben ja hier genug. Stimmt. Wenn wir eine Sache wirklich zuhauf haben, dann ist es echt Bruchstein. Bruchstein, ja. Zack. Machen wir hier. Kann immer einer kommen, hallo? Logger flog ich ein. Also irgendwie, hä? Zack. Okay, das Problem ist jetzt natürlich, dass wir kein so sonnerlich brennbares Material haben für den Fischi. Achso. Ich hab hier... Doch, ich hab Kohle. Ja, ne, hab ich. Ne, hab ich. Ne, unten drin. Unten in nem anderen Ofen. Okay. Ahja, der steht, der steht. Ne, hier ist auch nix. Oh, ich hab's. Und ich habe Rohrlachs. Soll ich ne Truhe da reinpacken? Äh, ist da echt nix? Nein, ich pack ne Truhe rein. Hab ich einfach reingeworfen. So, komm her. Oh, was ich hab... Und... Komm schon. Jawohl. Was hast du? Kennst du die noch? Oh nein, Bertha. Das darfst du nicht. Da, was Neues. Oh. Green. Okay, Kaktus. Magenta. Das hier kann man echt nicht abbauen. Das Gelbe geht noch nicht. Dazu bräuchten wir noch einen Erfolg. Und dann würden wir auch... Wir bräuchten zwei Erfolge, um Gelb zu bekommen. Light Grey. Oh Mann. Knochenmehl. Light Grey. Stimmt. Ist doch bestimmt... Oder? Helles Grau, ja. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Lass einfach probieren, okay? Ich mach mal. Ja. Oh ja, stimmt. Das können wir auch schon da drauf platzieren. Warte. Ich mach mal. Ja, ja. Haben wir denn genügend Clay? Ja, ja, hab ich. Ja, ja, klar. Okay. Ne, wie geht denn das? Hä? Soll ich mal gucken? Ich guck mal schnell. Ja. Light... Und auch? Light Grey Minecraft. Ich bin kurz im hellgrauer Farbstoff. Ja. Hellgrau. Ja, ja, man braucht Knochenmehl und... Grauen Farbstoff. Gebrannter Ton. Ne, wir brauchen einen Tintenbeutel. Warum das denn? Zwei Knochenmehl. Ja, tatsächlich. Hä? Oder grauen Farbstoff. Aber man braucht immer, man braucht immer Tintenbeutel. Und, und Lime Stain Clay? Ja, wir, wir brauchen Lime Stain Grape, weiß nicht. Wahrscheinlich auch durch, durch irgendeinen anderen Kram. Ne, Mist. Wir bräuchten halt Tinten. Ne, das sind, kann das sein, dass das nix... Grün sind? Ne, grün und magenten, ne, ne. Aber könnten wir Tintenfische nicht machen, indem wir oben so einen großen Basin, praktisch wo es so rund... Ne, das geht auch nicht. Ne, ne. Mann, blöde Tintenbeutel. Ich dachte echt, du hättest hier den, den Durchbruch geschaffen, Benil. Ich hab an dich geglaubt. Ja, sorry. Ja, sorry. Warte. Ach da, Magenta Stained Clay. Guck mal. Ja, dafür brauchen wir einfach Lapis. Wir müssen runter. Komm, folge mir. Aber wenigstens haben wir ein bisschen Fisch. Ach man, wir brauchen echt Kakteen und so. Das ist so... Ja, ja, die kriegen wir schon, glaub mir. Wir finden super klasse Kakteen. Ja, klar. Wir müssen einfach nur weiter... Oh, Creeper! Oh. Soll ich kommen? Bats! Bats! Und wieder niemanden getötet, sondern einfach nur Spreng gelassen. Empfangskomitee. Hä? Hallo, hier ist so ein Villager. Hä? Wollen wir den heilen? Nein, nein. Ich hab keinen Bock mehr, irgendeinen Villager zu heilen. Das war immer ein absolutes Katastrophen... Oh, warte. Spure Alptraum. Ich geh einfach weiter. Ich kümmere mich gar nicht um die Monster. Was? Auf die hab ich gar keinen Bock. Oh nein, ich kümmere mich um. Oh, hier ist Kohle. Nice. So hab ich es umgekommen. Oh, hier ist richtig viel Kohle. Oh. Das ist ja ein Kohle-Paradies. Zack, so. Bitte ein bisschen mehr Kohle. Danke, bitte. Geil, Alter. Oh ja, das ist wirklich nice. So, zack, weiter runter. Ja, ich hab sie auch eingesammelt. Hä? Wieso ist denn auf einmal so dunkel, obwohl ich eine Faggle in der Hand hab? Nein, nein, ich hab eine. Shoot. Oh Gott. Okay, mit Iron ist das echt nicht mehr so das große Problem. Nice. Okay, dann hier locker. Nee. Nee. Mann, unsere Wege. Wohin denn? Ach da. Ja, bei mir, komm. Hier. Ach da, okay. Komm mit weg. Ja, ich bin genau, ah, hier. Äh, das ist Holz. Hier bei diesem blöden Wasserding grab ich jetzt einfach mal weiter nach unten. Ja, ja, da ist nix. Ja, hier ist einfach noch mehr Wasser. Also hier müsst ihr... Oh ja, Eisen. Hier ist überall Wasser. Was? Oh, warte, hier geht es aber noch runter. Hinten Fische vielleicht? Ja, bloß. Oh Gott. Hier müsste doch noch was sein. Hey. Hi. Ach stimmt, wir müssen auch immer auf den Boden gucken. Oh Gott. Was ein Sound. Oh Gott. Ja, der hat mich angegriffen. Oh, hier ist auch noch Ton in To The Wall. Ja. Vielleicht ist das ein Zeichen. Nee. Doch, hier ist eine Kiste. Echt? Mit Erde. Erde. Wir haben Erde gefunden. Nice one. Oh, das ist so wichtig. Und Silberfische. Oh Gott, baust du ab. Ach so, ja. Bau ab. Ich meinte dich. Ja. Danke. Wie viel Erde? Äh, zwei. Wow. Ja, aber zwei, damit können wir Weizen machen. Oh nein. Da, guck mal, was da ist. Hier. Oh Gott. Damit können wir Bücher machen. Das ist einfach oberaffengeil. Oberaffengeil. Das perfekte Schlusswort für die heutige Folge. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne beide Kanäle abonnieren, um zukünftig keine neuen Folgen von Minecraft Dimension 2 mehr zu verpassen. Und schaut natürlich bei GLP vorbei. Leute, habt alle noch einen traumhaften Tag. Vielen Dank für den Support. Ciao, ciao.